Als nächstes nehmen wir uns wieder den Ball, werfen hoch, klatschen unterm Bein, wird ein bisschen komplizierter. Wir werfen jetzt den Ball hoch, erst mal unter einem Bein und dann unter dem anderen Bein. Wieder ruhig den Ball einmal ticken lassen, wenn es nicht so gut klappt, ansonsten immer weitermachen, wir machen fünfmal unter jedem Bein her. Ich zeig das nochmal von der Seite. Ruhig ein bisschen in Bewegung bleiben dabei, immer weiter auf der Stelle tippeln und soll ja nicht kalt werden. Okay, das war jetzt fünfmal. Als nächstes wird es ein bisschen schwieriger. Wenn ihr das noch nicht so gut könnt, sucht ihr mal auf Pause und versucht das dann immer weiter. Wir werfen den Ball hoch und klatschen unter beiden Beinen abwechselnd. Wenn das nicht gut klappt, einmal aufticken lassen. Ansonsten so schnell wie möglich fünf Stück. Ihr seht, den Ball immer schön hochwerfen, hat bei mir jetzt einmal nicht geklappt, das heißt ich muss nochmal machen. So, als nächstes können wir auch mal dreimal versuchen. Davon versuchen wir auch fünf Stück. Wenn das nicht klappt, gar kein Problem, dann könnt ihr aber erstmal nochmal die zwei probieren. Da war immer den Ball schön gerade hochwerfen. Untertitelung des ZDF, 2020